Also nächste Woche im Montag haben die ihr Treffen. Wir sind eine ziemlich ersatzgeschwächte und angeschlagene Mannschaft, aber ich glaube, das müssten wir ja hinkriegen. Noch Fragen, Bärbel? Nein. Meine Frau fragt mich immer bei bestimmten Gelegenheiten, was sie anziehen soll. In diesem Fall wäre das eine gute Frage. Wieso? Gefällt Ihnen meine Kluft nicht? Doch, schon. Aber im Ambassador fallen sie so auf wie ich bei einem Rockertreffen. Also, was soll ich dann anziehen? Gar nichts. Ich meine, vielleicht irgendeinen eleganten Fummel, hm? Vielleicht das kleine Schwarze? Ist das auch wieder ganz aus Leder? Na, was denn sonst, Chef?